Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom Kfz-Werkstatt-Simulator 2015 mit mir, Ben Hoshi. Ja, ich bin wohlgenährt zurück aus meiner Frühstückspause. Ha, ha, ha. Lange Frühstückspause von gestern bis heute. Ha, ha, ha. Nee, aber, äh, ja. Äh, äh. Hoi. Ja, da hat wohl der Azubi hier schon einiges gemacht, hier, wie ich das gerade sehe. Ja, ich habe ja so einen kleinen unsichtbaren Azubi, der mir hier ab und zu mal hilft. Ist die Werkstatt voll? Hm, na, ist ja ein Ding. Na ja gut, laufen die Geschäfte scheinbar gut, aber, äh, ich kümmere mich trotzdem erstmal lieber um mein Autochin hier. So, da waren die Bremsen, wenn ich mich nicht täusche. Genau, die Bremse- und Getriebeprobleme, genau. Nehmen wir doch erst einmal die Bremsen hier im Beschlag. Ich gucke mal lieber erstmal ins Inventar, okay. Nehmen wir mal bei allem. Ja, okay, alles klar. Okay. Okay, das ist, soweit alles in Ordnung. Okay. Kurios, was die Azubis sich so einfallen lassen, ey, dass die hier die Werkstatt vollstellen. Aber, man, 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 man. Ich glaube, da muss ich mal wieder ein Wörtchen... ...mit den Jungs reden. Weil die kann ja nicht angehen. So, gut, das war die Bremse und jetzt kommt die Bremse. So, was hier eigentlich recht gut aussieht, ne? Ja. Ne, Bremsscheibe, okay. Äh, Bremsklotz. Gut, dass wir nochmal nachgefragt haben. So, das war die Bremse. Genau. Kupplungsscheibe, ne, ne, komm, wenn wir schon mal hier sind, nehmen wir die auch gleich mit. Äh? So, das war. So, das war's. Das war's. So, das war's. So, das ist... So, das war's. mann also da ist so dann machen wir es jetzt einfach mal ganz einfach hier so was brauchen wir drei bremssattel dreimal bremssattel eins, zwei, drei eine ventilierte nur und eine normale und die bremsbacken brauchen wir bremsbeläge entschuldigung eins, zwei ok eins, zwei und ok wollen wir es wieder einbauen nein, was mache ich denn da mal mal haben wir so dann geht es wieder an die bremsen mal wieder zusammensetzen hier eins maaaann und 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 dauernd vertut man sich hier so zack bumm nummer zwei und nummer drei rad drauf und fertig ist diese hoffe ich zumindest das ist das ist wirklich so ist ja erledigt erledigt auto raus hier ah ah der anlasser fehlt tschuldigung ach mensch kollegen warum erinnert ihr mich nicht an so ne kleinigkeiten mein gott ein anlasser ein auto fährt auch ohne anlasser man 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 so jetzt aber wunderbar auto erledigt so jetzt wollen wir mal gucken was hier los ist äh was haben wir denn mit ihm hier ok oi 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 ach du heiliger ok äh dafür muss ich erstmal mein inventar hier leeren für 37 das ist ja spitzer so ok ist natürlich schön wenn einem hier immer alles äh ja einfach nur für die füße geschmissen wird weil hätte man mir ja auch mal ebenso gut einen zettel hinlegen können da sie wissen info habe was hier mit den autos los ist so ok Uiuiuiuiui Gut, schauen wir mal Gut, ich hole mir schnell die Teile Und dann sehen wir uns in einer Sekunde wieder Und in der Zeit werde ich auch mal Erstmal ein Wörtchen mit meinem Azubi sprechen So, bis gleich So, da haben wir wieder Die Teile geholt So, mit meinem Azubi habe ich auch gesprochen Der hat sich tausendmal dafür entschuldigt Aber der hatte noch so viel zu tun Sagt er Da war das anders nicht möglich Dummerweise hat er mir auch gesagt Er konnte den Wagen nicht weiter überprüfen Weil halt der Motor hier anspringt Und dementsprechend Na komm schon Dementsprechend muss ich jetzt hier erstmal alles schnell zusammenbauen Dass wir den Wagen mal schnell dann auf die Bühne bringen können Zum überprüfen So Schauen wir mal Inventar Alles Jut So, den können wir dann nämlich mal auf die Diagnose fangen Motor kann nicht starten Ja, Motor nicht starten kann Da hat wohl einer Yoda gespielt Hier Okay, also Oh man Ich sehe schon Hier müssen wir wieder alles zerlegen Ach, das wird eine scheiß Arbeit Ah, naja Ach, Mensch Zim, zirrm, zirrm Zim, 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 zirrm oh mann oh mann ich mach mir die auch gleich mal mit raus dann haben wir wieder so ein bisschen platz hier gut was wir abhaben haben wir ab so können wir nämlich besser gucken hier so dann würde ich aber sagen dann war es das auch schon wieder für heute ich danke euch ganz herzlich fürs zusehen ja wenn es euch gefallen hat lasst einfach ein Däumchen nach oben da würde ich mich riesig drüber freuen ja schaut doch mal meine anderen Let's Play rein an vielleicht gefällt euch da irgendwas kommentiert noch alles mögliche was ihr zu kommentieren habt oder wollt und ja dementsprechend sehen wir uns morgen wieder bis denn